Ja, sieht man schon die Spirale zwischen den Wolkenkratzern, Alter. Ja, und die ist groß, Leute. Alter Schwede, was für eine Spirale, wie groß ist die denn? Wann hört sie denn bitte auf, Leute? Noch auf 1. Klasse Hallo, liebe Seidens, willkommen jetzt zu einem weiteren Teil von GTA Online X. Schön, dass du wieder mit dabei bist und heute gibt es was Feines für dich und zwar eine Quad Spirale und zwar mit unserem Besten, Dena, Deko und Mavossa. Hallihallo. Hallo meine lieben Jörgen, seid ihr mit dabei? Quad Spirale, das gab es glaube ich noch nie. Das gab es noch niemals. Eine Quad Spirale, gibt es auch wieder Quad Grinding, weil Grinding war ja gar nicht so... Grinding hat schwer, aber das ist eine richtige Super Spirale. Da passt eine Quad Spirale mit so einer miesen Überrampe nach unten. Okay. Alter, und dann kommt der Über-Wallride, den ich mir schon immer gewünscht habe. Nice. Aber jetzt werden die erstmal wieder alle rasiert, super. Turbo-Mobo-Study-Muddy. Kack, ich glaube im Superstart. Tam, 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 tam. Ey, Hammer. Was ist euer Problem, Kinders? Zack, können wir auch auf. Ich hab die Arcade gar nicht eingesammelt. Mit Quad geht das doch. Hä, wo seid ihr denn bitte? Hä? Man sammelt mit dem Kotkan. Lol. Ey, warum? Javi, wollt ihr nur verarschen? So ein geiler Typ. Hä, was ist... Boah, bin ich so weit vorne? Wo seid ihr, Alter Schwede? Aber gut, alles gut. Wo? Ich hab's mal drin. Bleibt ruhig, wo ihr seid. Wo ist die Euro? Nein, ich hab die nicht bekommen. Alter Schwede, was ist das... Ist das die Spirale? Haben wir nicht schon mal so eine Spirale gemacht? Ey, elender Trottel. Ich fahr dich noch mal um. Schade. Da sieht man schon die Spirale zwischen den Wolkenkratzern, Alter. Ja, und die nicht groß, Leute. Eieieieieiei. Das ist nicht möglich. Die Polizei, was hat die zu suchen? Hä? Seriously? Habt ihr das gesehen? Wie so typisch, wenn Marvin ne Map startet, ne? Ey, Deko wurde von der Polizei geblokt. Ja man, was geht ab? Das ist crazy. Das ist crazy. Alter, wie ist der Scheiß? Ich hab's. Kev, hast du den Punkt? Ja, natürlich. Was? Kev, ich hab den Punkt nicht bekommen, obwohl ich jetzt allererster war. Ich hab noch mal einen Neustartenweg. Das ist nicht wahr, bitte. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Da bin ich einmal ganz vorne, Leute. Und so eine Scheiße. Nein, ich hab untergefallen. Oh, ich hätte nicht respawnen müssen. Das kann man doch nicht so bauen. Ernsthaft, ich war genau in der Mitte. Nein, du hast die Rakete echt eingesammelt. Ich komm's hier nicht neben. Letzter, Leute. Letzter. Ich habe dadurch, dass ich abgefeuert habe, irgendwie so einen Schub nach hinten gekriegt, dass ich die... Ey, und ich... Genau, genau. Oh Mann! Ich wusste nicht, dass der da Rampe ist, Alter. Leider mal. Schade. Kann man nicht viel machen. Ich bin einfach nur richtig traurig, Alter. Ich war Erster. Ich hab das First-Try geschafft. Und dann bin ich um Millimeter... War ich zu langsam oder war ich nicht genug... Ja, aber dann hast du's doch nicht First-Try geschafft. Was weiß ich? Ja, ich bin First-Try ganz oben gewesen und bin daneben gelandet. Neben dem Punkt. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Dann hast du's doch nicht geschafft. Ja, aber was heißt... Das ist ja... Ja, nein. Mann! Was? Alter, gut, dass ich hier die Treppen... Ey, warum? Wirst du nicht... Ey! Haha, Deko ist da hingeblieben. Nice. So, Force Beat! Alter, es ist echt wieder ein übel spannendes Rennen. Das ist auch wieder sehr, sehr geil. Seid ihr schon in der zweiten Runde? Ich hab doch gesagt, mit dem Quad... Da kann man spitze Winkel nehmen, Alter. Wirklich. Die Junge sind mit mir. Ich krieg's euch einen spitzen Winkel in deinen Arschloch, Alter. Hallo! Was? Das ist Pera-Wettstreit. Okay, Leute. Ranhalten einfach. Pera-Wettstreit in den Arschloch. Der rastet einfach aus. Der rastet wirklich aus. Wo ist eigentlich Deko? Der ist direkt hinter mir. Deswegen hab ich Angst. Achso. Ich bin richtig weit von dir weg, Alter. Ich bin drei Punkte hinter euch. Ja, das ist natürlich crazy. Und das ist nur, weil Marvin mich zweimal mit der Rakete weggeholt hat. Nein! Nein! Ich hab sowas von eingeholt. Oh nein! Polizei verfolgt nicht. Würdest du mich blocken wie eins? Deko? Block! Das war so ein Zuckermoment, Alter. Wirklich. Das war so ein Stückchen Zucker. Deko wird von der Polizei geblockt. Halten sie den Mann fest. Ja, haltet euch fest. Los. T4, alle drei. Warum hab ich denn jetzt einen Stern? Wieso gibt's überhaupt Sterne? Könnt ihr mir Bescheid sagen, wenn ihr in der zweiten Runde seid? Oder seid ihr schon? Ich bin schon bei der zweiten Runde Spirale jetzt. Was? What the fuck? Wo beginnt die zweite Runde hier? Müsst aber gleich so weit sein, Alter. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich sehr gut aus. Ich denke, man muss da oben an der Spirale. Zweite Runde ist es. Oh. Das sieht echt sehr gut aus. Sehr gut aus. Beat. Weiß. Schmoof reingekommen. Und ich bin so geil. Ich musste noch nicht mal respawnen, Navi. Jetzt hab ich auch einen Stern. Ich weiß auch nicht warum. Alter, ich musste noch nicht mal respawnen. Das war Schmoof. Alter, mir wird schlecht hier drauf. Die Polizei wird mir jetzt hier nochmal vom Quatsch stoßen. Es ist einfach so geil, Alter. Du musst das klacken an, Alter. Boom. Da kann sie. Ich bin schon durch. Ja. Das ist natürlich Käse. Ich bin aber zu gut. Hat es wirklich alle von euch nicht first try geschafft? Nope. First try. Alle first try, Geilomatiko. Alle first try. Geilomatiko, Leute. Ja, das gibt mir natürlich voll jetzt die Chance, hier nochmal was zu reißen. Oh nein. First try. Oh shit. Geilomatiko. 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 Geiloh. 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 Da haben wir es. Marvin hätte mich kriegen können. Das war seine Chance. Nein. Die Laternen. Das war Marvins Chance. Aber bei ihm hat es gezählt. Nein. Nicht bitte. Nein. Ich hab die ganze Zeit gesehen. Unbarmherzig. Das war die Rache. Revenge, Muchachos. Revenge. Weißt du was? Das war Marvins Chance, mich einzuholen. Und du hast ihm die genommen. Warum? Das Ding ist, ich wollte Deko nochmal drücken und wollte ihn eigentlich vorm Quad werfen. Dann dachte ich mir, okay nein, sonst heult Deko wieder rum. Und dann hab ich bestimmt fünf Sekunden da einfach rumgestanden und hab nichts gemacht. Das war ein bisschen Fail. Oh nein, ich bin hier runtergefallen. Bisschen zurückhalten, weil Deko kann gerne trollen, aber Troll abkriegen. Da dreht er immer. Dreckiger, kleiner Kev, Alter. Ich hätte nicht was noch gekriegt, Alter. Oh, Zweiter. Oh, irgendeine. Oh, Deko, du hast mir das geglaubt, oder? Oh, scheiße. Da sehen sie schon. Ich dachte ich erst noch so. Drops an den Map, Alter. Das macht richtig coole Map. Und da hat der Deko echt nochmal gedacht, er kann mich kriegen. Oh, ich krieg ihn auch. Ich geb jetzt Gas und vorne meine Falle rein. Den hast du aber auch, ihr schafft's wahrscheinlich knapp. Ja, ich bin ja auch fast perfekt gefahren am Ende. Ja, bin fast perfekt gefahren. Und jetzt komm ich nicht ins Ziel. Was ist das für eine Demütigung? Was ist das? Da vorne ist das Ziel. Was ist das für eine Demütigung? Man. Oh, Leute. Aber Dina. Er ist trotzdem gut gefahren. Und wir werden noch eine zweite Map spielen. Und da hat dann nochmal die Gelegenheit zu glänzen. Also, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. So, ihr Lieben, die zweite Map des Tages. Und zwar ein Green Tornado. Wir hatten schon mal einen Red Tornado. Aber diesmal gibt's einen grünen. Und es wird ziemlich geil, glaub ich. Und unter Wasser? Was steht ihr denn da? Nini. Also, manche haben wohl ins Wasser gefallen. Aber ich stehe hier oben noch drauf. Umweltfreunde. Ich vertraue auf Dina und auf mich. Ich stehe in der Brücke. Ich stehe auf der Brücke. Oh, yeah. Ich finde es immer geil, wenn man so... Bei mir, wenn man hinten ist, dann zoomt er einmal so an Dekos Stirn vorbei. Und dann zu meinem Wagen. Da sieht man, dass du eine Glanzer hast, Junge. So, das ist mal ganz hinten. Das spricht auch schon mal für seine Platzierung. Sandwich. Sandwich. Oh, oh, oh. Ziehen Sie sich! Oh! Oh! Tja, Leute. Fahren muss man können, ne? Ey! Wie geil. Ich bin wieder hier voller Energie, Leute, ja? Ich bin ein bisschen noch traurig vom letzten Rennen. Da bin ich wirklich sehr enttäuscht gewesen vom kompletten Ausgang. Vor allem vom Ausgang, den ich es nicht mehr geschafft habe. Das war ja der Wahnsinn. Aber ich bin guter Dinge jetzt. Dass das jetzt besser ausgehen könnte. So, und jetzt machen wir hier mal wieder die Hörner raus. Nichts anderes wird hier mehr gemacht. Auch wenn man sagen muss, dass der Beginn hier halt sehr, sehr ähnlich ist, ne? Also ich bin schon wieder alleine vorne. War, wie hast du das gesehen? Oh Gott, sowas hier. Ey, ich hab Dekoration, das wisch. Ja, perfekto. Pass auf, wenn du ein Stoppstil ist, nicht gegenfahren. Ja, hab ich schon gemerkt. Fahr hin! Fahr mir vorbei, los, fahr mir vorbei. Verdena, ich bin hinter dir, vorsichtig. Was, hier ist es schon? Fuck! Der Tornado. Und, was kann ich dazu sagen? Ich war zu langsam, aber ich wusste nicht, was da kommt. Oh, ist das eine krasse Sicht? Nein, nicht geschafft, Alter. Ich kusse. Alter. Oh, wo geht die Sch... Ah, fuck. Ey, der Tornado, der ist echt crazy-swayzy, ne? Ihr seid immer noch hier? Also Tornado fährt man hier, oder wie? Der ist echt nicht von schlechten Eltern. Das ist sowas, nennt sich Tornado, oder wie? Huh, geschafft! Hab's geschafft, Alter, geil. Ah, so knapp nicht geschafft, so knapp. Geiles Teil, Alter, wirklich. Nein, schneller, schneller, schneller. Oh, shit. Fuck, kack. Oder ich lande auf dem Dach. Unglaublich. Explodiert, das glaub ich doch nicht. Das glaub ich doch nicht. Huh, fuckadaka! Fuck! Schieben sie Gummi. Nein, ich lande wieder auf dem Dach. Zwischen den Häusern. GG. Habt ihr es jetzt alle für den Strike geschafft? Ich hab den Strike geschafft. Ich hab den Strike geschafft. Was machst du da, Deko? Ich fahr aber auch immer langsamer. Äh, Dehner, nicht zu schnell. Ah! Blocky! Kottika! Es ist so unglaublich, wie Hardcore... Ich wird wieder ausnahmslos Deko getrollen. Jetzt liegt Cap für mir C4. Ausnahmslos! Heule doch immer nicht so rum, du Muschi! Ohne Witz! Nooo! Heule doch mal nicht so rum! Um kurz davor zurückzufahren und einfach scheiß auf den ersten Platz nur Hauptsache Deko trollen, weil er mich schon wieder in den ersten 10 Sekunden abgeballert hat. Ah! Es ist ja auch nur... Gott, endlich, Alter! Endlich! Es ist einfach nur geil gerade. Haben wir zwei Runden, Marvin? Kev, du kriegst gleich auch noch ne Packung! Hä? Ich trolle gerade seit Deko! Deko und Kev... Ihr trollt alle die ganze Zeit mich! Weil du hinter mir bist, das ist das Problem. Irgendwo anders hinter mir wäre, dann würde der getrollt werden. So! Komisch, wenn du Dritter bist, heißt es... Öhhh! Überbüttel gegen den ersten! Go, 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 Leute! Ich find das geil, wenn Deko anfängt zu weinen. Ich versteck dir... Konzentration! Wie weit schaut er... Oder wie... Wenn Deko anfängt zu weinen... Ich weine in der Arschloch, das ist die Gleitcreme des Ziegenbeins. Wollt ihr nur helfen? Ey, das ist so... Das bereitet mir Freude, wenn ich sehe, dass die ganze Deko weggeballert wird. Wer ist denn da ganz vorne? In Wiener! Er hat mich auch aufgeschossen, er hat da verdient. Wer von euch ist denn, wer ist denn Erster? Ich bin Zweiter. Irgendwann ist Ultra weit vorne. Hä, wie? Marvin, Marvin Troll. Marvin, Marvin ist vor uns die ganze Zeit? Ja. Achso, ich dachte, ich wäre Erster, deswegen troll dich die ganze Zeit. Lol, werdet nicht albern, Cap. Alter, lol. Okay, Dirk und Antupilla. Jetzt checkt du meinen Faden und dann... Dann lass es dich jetzt sein. Marvin, der Tryhard ist einfach an uns vorbei. Ja. Das glaube ich ja nicht. Und hat er seine Tryhard-Brille auf, wie glaubst du es nicht? Kommt nur an. Und der lässt nicht in dem Glauben, dass ich Erster mit Dirk of ist, hast du nichts gesagt? Der sagt immer noch nichts. Ist sein Mikro aus, oder was? Ja, Dirk, sein Mikro ist aus. Hä, aber... Ja, der fährt gerade schon durch den WarRide schon wieder durch. Ey, Marvin ist so ein Assi, ne? Was? Was habe ich denn damit zu tun? Hey, Cap, ich habe dich eingeholfen, wie geht das denn? Dirk of. Boom! Wow! Was hast du so gut gemacht? Wieso würde eigentlich Marvin jetzt schwillen Hate auf mich kompensieren? Das ist so ein Kreis. Ja, also Marvin hat den Hate verdient. Ich dachte gar nicht, ich sei Erster, wollte ein bisschen Zeit schon, damit es wieder spannend wird. Hä, was habe ich denn gesagt? Und du bist aber die ganze Zeit Erster gewesen? Ich habe nur gesagt, Deco und Cap, ihr seid doch bei einer schwarzen Liste und ich werde vielleicht bis zum letzten Checkpoint fahren und dann fahre ich zurück und werde euch die ganze Zeit wegschauen. Loll, Alter. Das ist doch crazy crazy. Und ich dachte die ganze Zeit, es ist hier ein spannender Fight und ich kann scrollen. In Wahrheit war ich einfach nur ein Törtel. Ich dachte, da war Heidweg Glöckner die ganze Zeit. Achja, wie schön, wie schön. Irgendwie bricht ihm eine Weltstratt zusammen. Und der erste, der mir entgegenkommt, egal ob es Deco oder Cap ist, der kriegt erstmal Werde wieder ich sein und am Ende... Irgendwie werde ich auch immer noch Letzter. Hm? Du war ihm, Junge! So! Sooo! Wer ist das Ziel? Boah, der war wieder Priest, Alter, ne? Alter, wie langsam ist denn eigentlich der T20? Hast du den T20? Ja, Osiris. Ey, ich meine Osiris. Was war denn das mit dir jetzt? So! Wer zerstört das entgegen? Ganz ehrlich, Deco, es tut mir echt leid in der ersten Minute. Ich dachte die ganze Zeit, wir wären mit Abstand die beiden Ersten und Marvin und Bena, die schaffen es einfach nicht. In Wahrheit, Rabat, Marvin, mich voll, Alter. Bam! Erster! Wo ist der andere? Wie? Wo ist der andere? Bam! Nochmal! Ich hab sie sogar gesehen. Ich hab sie sogar gesehen. Weg mit dir! Alter, wo triffst du sie denn die ganze Zeit? Schau mal! Bam! Hä? Wo kann man sich denn so wegbringen die ganze Zeit? Ich bin an Marvin vorbeigezogen! Halten sie Deko auf! Also da sitzt mir eigentlich total... Total! Ach, da vorne auf der Autobahn, da sind sie unterwegs, Leute. Und fahre dem Ziel entgegen. Marvin steht da wieder und wartet, wie ein... ZU FRIED! Und da ist der Bossheim im Ziel! Kev ist im Ziel! Ein krasses Agro-Rennen! Das ist natürlich hier... Das macht alles... Es macht ja echt leid, Alter! Und hier vorne, Leute, ich komm wahrscheinlich auch noch ins Ziel, wenn ich nicht ganz viel Pech hab. Denn da, oder? Das schaffst du! Das schaffst du! Das Ziel müsst ihr euch vorne gleich kommen, oder nicht? You can do it! Oh nein! Deko, bist du mir böse? Zack, zack, zack! Und hier, da ist das Ziel, Leute! Ich bin Marvin böse! Ja, wir sind Marvin böse! Wir kanalisieren das Lock! Leute, wenn es euch gefallen ist... Ich ziehe den schwarzen Peter auf meine Hand! Das würde ich schon freuen! Und wir sehen uns morgen wieder bei einer normalen Runde! In drei Tagen wieder mit Dana! Und dann sehen wir uns! Bis dann! Macht's gut! Ciao, ciao! Schönen Tag! Vielen Dank fürs Zuschauen! Schade, dass es jetzt hier zwei Meter nicht so geklappt hat! Aber ich bin nicht super scheiße gefanscht! Deswegen bin ich guter Dinge! In drei Tagen geht's weiter! Irgendwann kommt ihr wieder nächstes Sieg! Ganz gewiss! Macht's gut! Bis zu in drei Tagen! Ciao, ciao!